Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Breakstory. Kurz die Frisur richten, es hat irgendwie nichts gebracht, egal. Rita schläft unten noch wie ein Baby, es ist nämlich erst früher Morgen, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen und habe mir gedacht, ich nehme euch heute mal mit und zeige euch, was es bei uns wieder Neues gibt. Das sind wieder ein paar Kleinigkeiten und da würde ich gerne die Kamera mal schwenken und euch die formidable Downtown präsentieren. Als erstes fällt dem geschulten Zuschauerauge vielleicht auf, dass hier etwas ganz Trauriges passiert ist und zwar ist der gute alte Radio weggekommen. Das hat den Grund, nicht dass er nicht mehr funktioniert, aber wir hören ja hier beim Lego Bauen sehr viel Radio, der läuft immer so nebenbei, wir schalten ihn nur für die Videos aus, damit ihr uns gut verstehen könnt. Und ja, wir haben ja hier in Österreich nicht so die ganz große Senderauswahl und man kennt dann früher oder später die Endlosschleife wirklich schon auswendig. Und jetzt habe ich mir gedacht, bei Amazon war gerade so eine Aktionswoche, da hat es noch einen dieser Echos gegeben, das ist nicht der ganz neue, aber mit dem können wir jetzt Musik hören. Und zwar kann Rita hier auch ihre italienischen Radiosender hören, wir hören deutsche Sender, Sender aus Großbritannien und so weiter. Und natürlich Alex FM, wie konntest du das nur vergessen? Ja, das wollte ich dich sagen lassen. Ach, das sagen sie dann alle. Bin auch richtig gekleidet dafür. Und was ganz toll ist, ist folgendes, wir probieren das jetzt live. Alexa, wie viele Lego Steine werden pro Tag produziert? Darauf habe ich leider keine Antwort. Das ist natürlich jetzt wieder der Vorführeffekt, vor dem Video hat es funktioniert. Alexa, wie viele Lego Steine werden pro Tag produziert? Two hours later. Folgendes habe ich im Web gefunden und übersetzt. Laut hoppages.com Der Lego-Steinstein aus Kunststoff wird durch ein automatisiertes Spritzgussverfahren hergestellt und Lego-Fabriken produzieren jede Minute 33.000 Steine. Okay, also beim dritten Anlauf hat es funktioniert. Ihr seht, wir sind ganz up-to-date, das ist eine Menge. Was ich euch heute zeigen will, ist folgendes. Und zwar sind wir hier schon länger nicht mehr gestanden. Und es geht heute wieder mal um einen Sport. Und zwar nicht Basketball, was ihr hier im Vordergrund seht. Auch nicht Eishockey, was Rita gerade ganz hinten, äh nicht gerade, sie schläft ja noch, aber sie ist gerade dabei eigentlich, das einzubauen in ihrer Arbeit bei der Lego-Stadt. Es geht heute um Fußball. Und zwar ist da eine kleinere Bricklink-Bestellung gekommen. Das ist auch der Grund, warum wir noch nicht bei dem Hafen weitergebaut haben. Da warten wir nämlich auch noch auf Steine, die noch nicht gekommen sind. Also da gibt es dann auch bald wieder ein Update. Aber wir haben jetzt das Fußballfeld mal ein bisschen erweitert. Und da wollte ich euch zeigen, was ich da bis jetzt so gemacht habe. Und da würde ich sagen, ich ändere mal kurz meine Position, damit man das ein bisschen besser sieht. So, ich bin jetzt hier in der Mitte des Layouts, wo das Einkaufszentrum ist. Und hier ist ja schon längere Zeit hier dieses Fußballfeld. Das Problem war, wir hatten nur diese eine Tribüne hier links. Und ich wollte das noch ein bisschen aufmöbeln. Und jetzt habe ich mir Folgendes gedacht, dass hier in der Mitte ist ja irgendwie so ein bisschen, ja, ein totes Eck gewesen. Wir haben nicht recht gewusst, was man da hinstellen soll. Denn irgendwie sieht man auch von nirgends in unserer Stadt hier gut hinein. Auch nicht, wenn man hier drüben steht, da ist das Einkaufszentrum wieder im Weg. Und von dort, wo ich zuerst gestanden bin, bei diesem neuen Alexa-Radio, sieht man da auch nicht gut hin. Jetzt haben wir gedacht, okay, wir geben das Fußballfeld jetzt mal dorthin. Und das sieht eigentlich ganz nett aus. Ich zeige euch es jetzt mal von ein bisschen weiter oben. Kleinen Moment. Also, es ist jetzt Folgendes. Und zwar habe ich jetzt erstens mal das Fußballfeld hier platziert. Und dann sind von Bricklink ein paar dieser, ja, Zubehör-Sets gekommen. Ich glaube, aus den späten 1990ern sind die. Die sehen ganz cool aus. Und da habe ich das Ganze jetzt mal schön eingesäumt. Übrigens auch bei der Feuerwehr. Das zeige ich euch vielleicht dann noch von der anderen Seite. Da habe ich diese linke Fahrzeuggarage, die Nummer 1, habe ich nach hinten hin erweitert. Die ist nämlich im Original nicht so lang. Damit der Feuerwehrtruck, dieses, ja, legendäre Set mit dieser komischen Wasserpumpe steht da jetzt drin. Damit es irgendwie versteckt ist und man es nicht so sieht. Und auf der Hinterseite habe ich auch Steine hingelegt, Platten und Baseplates. Und die Geschichte ist jetzt die, dass man hier von vorne also reinkommt. Hier wird vielleicht noch ein kleinerer Parkplatz hinkommen. Dann ist hier der Eingangsbereich, wo auch ein Security steht, der gerade hier mit den Fans diskutiert, weil die wieder Radau machen und sich nicht an die Regeln halten. Es ist ja gerade hier hinten schon der Wohnbereich. Und da geht es natürlich nicht, dass wir randalierende Fans in der Umgebung haben. Also die müssen sich hier schon benehmen. Das funktioniert leider immer wieder mal nicht so gut. Dann ist dahinter eine Tribüne, wo auch schon Leute Platz genommen haben. Das sieht eigentlich ganz nett aus hier mit den ganzen Flaggen und den Trikots. Wir haben hier absichtlich ein paar Fußballfans auch genommen, die mehr oder weniger in ihren Trikots auf den Fußballplatz gegangen sind. Wie das ja auch im echten Leben so ist, da haben ja auch viele ihre Trikots an. Dann ist dahinter ein Set, was mir sehr gut gefällt. Das ist dieser Press Room, also wo die Journalisten drinnen sitzen. Hier mit diesem weißen Vordach, wo leider der Sticker schon ein bisschen abgelöst ist. Aber geht eigentlich noch. Ich habe hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, auch sogar den aktuellen Spielstand des Fußballmatches angezeigt. Und zwar habe ich mir gedacht, für unsere deutschen Zuseher, es war nämlich eine deutsche und eine holländische Flagge verbaut. Und der Grund war, ich wollte eigentlich, dass es momentan mal, wir Österreicher sind ja beim Fußball jetzt nicht ganz so die Supertalente. Ich wollte eigentlich, dass es Gleichstand ist momentan bei unserem Fußballmatch. Das Set ist ja aus Holland gekommen, dieses hier. Und es war leider nicht ganz komplett. Es haben ein paar kleine Teile gefehlt. Es hat auch eine grüne Baseplate gefehlt. Also da hat der Bricklink-Verkäufer wahrscheinlich nicht zu Acht gegeben. Ich habe ihn jetzt eh schon angeschrieben. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, dann steht es eben 4 zu 3. Also Gratulation an die deutschen Fans. Hier drin sind also dann die Redakteure. Und das Set, was am meisten meine Aufmerksamkeit eingefangen hat in Bezug auf dieses Fußballthema, ist eigentlich dieser Kameraturm, der hier, ich hoffe es wackelt jetzt nicht zu sehr, ich habe nämlich ein bisschen die Zoom-Funktion eingeschaltet. Das heißt, hier ist jetzt ein Sportreporter, der mit der Kamera hier oben das Geschehen auf dem Fußballfeld filmt. Und das sieht, finde ich, ganz nett aus. Unten ist auch noch so ein kleines Krankenhaus, ein Feldlazarett, wo auch so ein Röntgengerät ist und ein Arzt. Also es tut sich hier wirklich einiges. Und hier auf der linken Seite ist, wie gesagt, die Tribüne, die ich schon längere Zeit habe. Die passt hier eigentlich auch ganz gut hin. Ich habe zuerst bei den beiden Torwarten hier und auch hier diese schwarzen Mechanismen, damit man die Torwarte steuern kann, entfernt gehabt, weil ich mir gedacht habe, naja, sieht vielleicht realistisch aus. Jetzt hat es mir aber doch wieder so gefallen, dass ich sie zurückgebaut habe. Und jetzt haben wir hier mal das komplette Fußball-Sortiment eingebaut. Vielleicht sagen manche von euch, es sieht ein bisschen eingezwickt und eingeengt aus. Das Problem war, wir müssten sonst die Feuerwehr wieder woanders hingeben. Die braucht auch sehr viel Platz. Und so geht sich das eigentlich ganz schön aus. Es ist ja nur, wir haben ja hier kein großes Fußballstadion. Es ist ja nur ein Provinz-Fußballplatz, auch mit ganz wenigen Zuschauerringen. Und da finde ich, passt das ganz gut irgendwo. Hier ist ja, glaube ich, ja genau, da vorne hinter dem gelben Bus ist noch der Mannschaftsbus. Keine Ahnung, wo der hinfährt. Das sind die Ersatzspieler, die momentan gerade nicht am Feld sind. Aber der fährt irgendwie vom Fußballplatz weg. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Spiel schon in der 88. Minute und Sie denken sich, Sie brauchen die Ersatzspieler sowieso nicht mehr. Das Einzige, was ich mir jetzt noch gedacht habe, ich habe das jetzt so in wirklich mühseliger Feinarbeit, weil man da irgendwie so schlecht auch hinkommt von allen Seiten, habe ich das jetzt aufgebaut. Und ich bin am Überlegen, ob mir nicht besser gefallen würde, wenn hier die Bodenplatten grün wären. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Vielleicht probiere ich das jetzt mal. Ich habe, wie gesagt, jetzt von allen Seiten momentan mal die Bodenplatten in Grau, mit der Ausnahme von hier drüben, in Grün verlegt. Und ich bin am Überlegen, ob ich es nicht noch mal in Grün auflegen werde. Und dann entscheidet ihr, was euch besser gefällt. Von hier sieht es dann so aus. Also hier hat man eigentlich auch einen recht guten Überblick über die Sets. Jetzt hier noch mal dieser Kammer. Oh, ich sehe gerade der Torwart von drüber. Entweder macht er gerade einen Hechtsprung, weil er fürchtet, dass der Spieler mit dem Ball hier in diese Richtung, Richtung Tor schießen wird. Auf jeden Fall sieht das so, finde ich, ganz cool aus. Wie gesagt, ich bin noch am Überlegen, ob ich jetzt nicht doch die Bodenplatten auf Grün austausche. Schauen wir mal. Weil ich gerade am Umbauen bin und das jetzt herausgehoben habe. Also so sieht das natürlich ein bisschen verbogen, weil ich es gerade auf der Hand halte. So sieht das Set jetzt aus, wenn es nicht montiert ist. Und ich finde, ja, man kann von dieser späten 1990er Ära halten, was man will. Viele große Formteile. Aber irgendwie hat es einen Charme. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich als Kind sehr viel mit diesen Sets gespielt habe. Und die natürlich sich in meine Erinnerungen eingeprägt haben. Sehr stark natürlich. Aber irgendwie, sie haben was. Und es gibt außerdem sowieso keine anderen Fußballsätze. Die müsste man sich mocken. Hier nochmal ein kurzer Überblick über diese Feuerwehr, was ich euch gesagt habe. Also das heißt, die rechte Garage ist jetzt verlängert. Die ist jetzt annähernd so lang wie die linke. Und da passt jetzt auch dieser Wagen ganz gut hinein. Der ist vorher fast zur Hälfte herausgestanden. Wir werden noch überlegen, was wir hier rechts machen. Das ist ja eigentlich von einem Baustellenset. Dieser Shop, der hinten ganz leer ist. Vielleicht bauen wir den auch noch zu. Vielleicht machen wir da noch ein kleines Mock draus. Mal sehen. Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Stadtupdate mit mir. Ich habe das Fußballfeld. Ich dachte, war auch nichts dran. Und jetzt tut sie so, als ob sie alles umgebaut hätte. Gut, dann halt nicht. Aber ich habe mich auf einen Sessel gestellt und zeige euch jetzt aus der Vogelperspektive unser neues Fußballfeld. Also, hier, ihr seht es schon wunderbar, muss ich sagen. Ein wunderbares Fußballfeld im Grünen. Hätte ich ja von vornherein so gemacht. Mit den grünen Platten. Glaubt dieser Frau kein Wort. Sie hat bis vor fünf Minuten geschlafen und heute noch keinen einzigen Legostein angegriffen. Und jetzt tut sie so, als ob sie eine Meisterbau wäre. Aber es sieht auf jeden Fall besser aus in grün, finde ich. Ich finde auch, dass es in grün um einiges harmonischer aussieht, als so eine Betonwüste da mittendrin. Auch mit den Gärten rundherum, finde ich, verschmilzt das irgendwie besser. Also, muss ich schon sagen, habe ich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ja. Man will sich ja nicht selbst loben. Aber sehr, sehr schön. Warum filmst du jetzt mich wieder? Ja, weil du da irgendwas bei meinen Figuren herumtust. Deswegen. Ja, weil hier irgendjemand bei der Monorail etwas kaputt gemacht hat. Ah, wie. Auf jeden Fall. Ja, ich habe noch zurückgedacht, während ich das jetzt umgebaut habe. Und zwar ist bei mir in meiner Nachbarschaft, wo ich aufgewachsen bin, auch so ein kleiner Fußballplatz. Und da war rundherum auch eine Wiese. Und da ist man sogar, so wie, wenn ich da noch mal kurz hin film, da ist man sogar über die Wiese beim Eingang hineingegangen. Also, das passt jetzt ganz gut, denke ich. Stimmt. Das haben wir ja hier hinten jetzt genauso, dass man da hinten beim Eingang sich hineinschmuggeln kann. Ach ja. Na, hast du sehr schön gemacht. Ich finde, wir lassen das so. Ich bin schon gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt, ob euch die graue Version besser gefallen hat. Aber wie gesagt, ich würde, glaube ich, eher bei dieser grünen Version bleiben. Denn wenn wir hier einen kleinen Schwenk machen, es ist ja in der Stadt schon genug grau. Und zum Beispiel das Basketballfeld haben wir ja auch mit grau umrandet. Also, ich finde, da schadet ein bisschen grün zwischendurch so gar nicht. Übrigens irgendwie echt ein cooler Ausblick von hier oben, muss ich sagen. Mal ganz eine andere Perspektive auf den Hauptplatz und auf die ganze Stadt. Ach, schön ist es hier. Ich sage es euch. In dem Sinne, schreibt uns in die Kommentare, was euch besser gefällt. Ob grün, ob grau. Ob ihr auch meiner Meinung seid, dass das eine ganz gute Idee ist mit den grünen Platten hier. Quasi die grüne Oase von unserer Stadt. Oder ob ihr es doch anders machen würdet. Und dann baut doch selbst was Schönes. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder mit einem neuen Update. Wir sind jetzt mal gespannt, wie das Fußballmatch zwischen Deutschland und den Niederlanden ausgeht. Stimmt. Und wir melden uns dann für eine Siegerfeier vielleicht wieder. Das ist eine gute Idee. Gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.